Hallo Leute, hier ist der Sci-Tech. Heute wieder mit ein paar schönen Kills von Rainbow Six Siege und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß und ciao. Ich setze in Kirche eine Grenze. Zwei habe ich. Wo ist das? Von der Kirche oder was? Ist der Bug. Montagne ist in den... Soll ihn die Drohne stören? Ja. Hab sie angeschlossen. Ah, haste nicht so. Was? Ja, hab ich. Verwehre war's. Ich mach mal hier bei mir auf. Robin. Hier dahinter ist er. Nein, er hat mich. Er liegt da im Tod und er hat mich trotzdem. Aber er hat nicht mehr vieles Maut. Er ist hinten bei der Tür da. Ich hab nichts gesehen. Ich hab einfach einen Rauch reingeschossen. Ich hab mir. 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 Ja, den anderen auch. Ja, den anderen auch. Da liegen sie beide hier. Oh nebeneinander. Wuuu. WTF?! 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 Es kommt. Hier. ist er mit? Wärmeubing. Warum hier? The other might have a fuse there. Nein der fuse. Er hat aber gefused we gained. Jawohl. Das ist sehr schön. Aber es ist... Der liegt neben mir und ich krieg's gar nicht mit, he. Wir haben da voll nen Header gegeben. Der liegt neben mir und ich krieg's gar nicht mit, he.